hallo zusammen willkommen bei modcraft so der bohrer ist leer gelaufen anscheinend ich hoffe es leer wir prüfen das kurz oder wir werden es prüfen die kisten sind sicher alle leer stück holz woher genau ich den filter 16 eingestellt habe es natürlich alles was kleiner ist als 16 ist nicht raus gekommen aber mit dem lager zu tun weil das lager dummerweise nicht dem ganzes text frisst sondern nur maximal 16 komischerweise auf der singleplayer welt funktioniert in der multiplayer leider nicht aber jetzt prüfen wir kurz alle kisten eine kiste hat sich noch stuff drin von irgend ich glaube gedroppte items werden nicht eingesammelt von den bohrern nur das was man abbaut direkt leider ich glaube das müsste man ebenso im flug haben so ein der das zeug einsammelt ich werde kurz prüfen gleich zurück alle kisten leer nur ein paar kleinigkeiten sind noch drin gewesen der rest wurde natürlich automatisch nach oben geschaufelt super apropos kleinigkeit nichts zu essen so würde sagen wir gehen hoch ins lager und dann machen wir mal passensturz und schauen uns an was wir alles gekriegt haben nimmt mich recht selbst wunder so was denkt ihr also ich habe ein bisschen beobachtet was zusammengekommen ist aber ist schon ziemlich nice und ziemlich nice so dann also apropos blöcke zwei stacks hatte ich ja dabei eine in der hand eine in der maschine aber egal alles eingelagert ist in ordnung muss sein so sagen so ist okay ein bisschen essen die bären sind die besten so schauen wir mal kommen wir oben an dias vor waren es 0 jetzt sind es 300 nice eisen erz etwa 900 927 war es und jetzt sind es fast 6000 also fast 5000 dazugekommen gold sind auch gute 1000 dazugekommen nice one dann redstone ich schaue mal kurz nach was war es 2000 waren es also 230 blöcke waren es vorhin jetzt sind 1200 dazugekommen nice ähm lapis waren es 50 blöcke jetzt sind es 400 blöcke 480er das war leer 1500 das war leer fast 1000 nice wir können basteln was ist noch dazugekommen also standard standard zeug so also rum liegt theoret gar nicht enderside wäre noch interessant gewesen früher bevor wir die vier bröcke hatten ist auch gefühlt dann wo ist der blog da oben 8000 von dieser schlache da interessant mal schauen was wir mit der anfangen können oder was jemand mit der arm bringt so gut jetzt ist nacht noch nicht ganz aber es reicht zum schlafen aber nice wir haben unser redstone problem im moment gelöst und zwar richtig gut wir können wenn wir lustig sind über 1000 also jetzt braucht es halt diese noch aber wir können über 1000 machen und dann rockt die sache aber gut ich habe draussen was vorbereitet eine maschine um zu quaschen dann kommt 1 bis 3 mal so viel raus bei ganz günstigsten verhältnissen und ich würde sagen wir bereiten mal die maschinerie vor und wir haben jetzt genug kohle wir schmeißen den motor an und wir brauchen messen wir braten alles durch wo wir so schau an das zeug tipptopp durch fast eine kiste Und jetzt wird es zu Barren. Und am Schluss landet es hier in der Küste. Und Zink brauchen wir auch. Fahren wir den Zink gleich auch durch. Also ist effizienter, als wenn wir es normal in den Öfen schmelzen. Zuerst durch den Quascher und dann weiter. Und Gold hat es, eigentlich hat es eine Goldform. Eigentlich. Aber jetzt wo wir Gold so haben, ist es fast günstig. Wir können noch kurz schauen für alle Gold. Es gibt Goldbarren. Die können wir auch aus denen gewinnen. Zerkleinertes Golderz. Das kommt aus dem Quascher. Und wir sehen hier, einer kommt sicher raus. Das ist so ganz dunkel. Und dann hat es so perforiert, sage ich jetzt mal. Mit der Chance, 30%, dass nochmals 2 rauskommt. Also fast verdreifacht. Und eine kleine Chance, dass noch ein bisschen Müll rauskommt. So. Gut. Ich würde sagen, ich hau das Zeug auch noch rein. Ah, ich habe noch Platz im Inventar. Wird einfach durchgebraten jetzt. Jetzt ist Braten angesagt. Ja, Braten. So. Wunderbar. Gut. Ich würde sagen, das dauert jetzt noch eine eher gröbere Weile, bis das Zeug durch ist. Und dann sage ich in der Zeit, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und dann sage ich in der Zeit, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sage ich in der Zeit, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.